Tagesenergien, Samstag, 7. August. Nur keine Panik, besser Vertrauen wie auf die kosmische Intelligenz, das nimmt uns etwaige Ängste. Eigenverantwortung ist wichtiger denn je und man sollte sich nicht von der Obrigkeit zu Dingen zwingen lassen, welche man eigentlich gar nicht möchte. Leben Sie Ihre Führungsqualität aus, übermäßige Kontrolle macht Sie sehr unrund. Unterdrückte Emotionen oder zu lange stille Anpassung wird als genug ist genug empfunden und Sie brechen aus.